Musik Ich bin Max von Journalist.org und wir sind jetzt live live in Kaliningrad, wo ein paar Motorcykels und die letzten Leute von der Konvoi sind in unserer ersten Lokation. Und ich denke, wir werden jetzt Abend essen mit ein paar Russen, und vielleicht noch ein paar Kulturen, und versuchen, sich mit ihnen zu sprechen. Vielen Dank.